Ich wollte gerade sagen, schon wieder Nacht und Nacht, der erste Creeper, der hier auf dem Weg kommt, explodiert. Die Creeper lieben dich, merkst du das schon? Ja, total. Die freuen sich so, dass sie in Luft gehen, wenn sie mich sehen. Denzel sagt, glaube ich habe mich verlaufen, der Tankwart sieht mir zu verrückt aus. Ja, da ist sie auf jeden Fall verlaufen. Schnell wieder weg hier. Alter. Äh, was wollte ich jetzt? Kaktusgrün machen, ne? Genau, ich wollte jetzt das machen. Nee, Sion. Brauchen wir nicht Kaktusgrün dafür? Kaktusgrün und Lappen. Ja, also, was hast du? Denzel fragt, wo ist die nächste Tankstelle? Ich weiß es gar nicht, wo haben wir die nächste Tankstelle, Leute? Äh, 20 Meter und die Richtung, bis sie da. Ja, 200 Meter in die Richtung, einfach. Manu fragt, wie lange macht ihr noch? Manu, das ist immer nicht geplant. Ja, das, mal schauen, wie es läuft. Morgen früh um 5 Uhr. Das ist ein Stream. Paul macht bis morgen früh um 5 Uhr. Wenn ich dann nachher aufhören zu streamen, einfach beim Paul GTR noch mal reingucken. So. Ach, Kaktusgrün haben wir sogar noch. Weißer, weißer. Weißer, weißer. Weißer, weißer, weißer. Und Lapis. Ähm, Lapis, Lazuli. So, mach mal, ob ich das hinbekomme. So, und dann muss ich jetzt einmal Zyannach habe machen, ne? Zyann, 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 hellblau, Zyann. Das ist doch irgendwas im Busch. Was ist das? Wie viel Zyannach noch noch Pferde führen? Oh, Zyann. Nee, das wird mal. Hast du das mal reich nicht? Ich werde die Schafe fern. Und jede Menge blau. Jede Menge blau. Na, ich bringe die mit. Und weiße Wolle habe ich nicht mehr. Und Danse schiebt dann seinen Traktor zur nächsten Tankstelle. Alles klar, macht das. Viel Erfolg noch so gut. Raum, bisschen größer machen, ist das ekelhaft. Manu fragt, kann man noch einsteigen? Nee, Manu, eher nicht. Was denn? Fragen? Weiße Schafe, falls es nicht wohl ausgeht. Weiße müssen wir noch haben. Wenn du ja nicht alles umgefärbt hast. Nee, nee, nee. So, Spargel, ich kann dir das blau hier geben. Und Speise Wolle. Ja, wir brauchen ja sowieso noch was, wenn wir noch nachfärben müssen. Spargel, komm mal her. Ich will erst mal mein Zeug hier geben. Du wolltest blaue Farbe haben, ganz viel. Hast du ganz viel blaue Farbe? Dann brauchtest du weiße Wolle. Nochmal weiße Wolle. Und das ist hellgrau. Das ist auch hellgrau. Was brauchst du denn jetzt noch? Erzähl mir mal. Pink brauchen wir nachher noch rosa. Ja, aber was wolltest du jetzt hier drin sein? Die weißen Schafe noch einmal abscheren, falls die weiße Wolle ausgeht. Für was brauchst du denn jetzt noch? Weiße Wolle. Nee, jetzt brauche ich gar nichts mehr. Ah, scheiße. Deswegen hab ich mir grad gefragt, was du hier möchtest. Ah, ich glaub, das krieg ich gar nicht hin. Scheiße. Wieso ist doch ein Loch im Boden? Ach so, hier hat ich mal einen Screenshot für den Thumbnail gemacht. Hast du, hast du Erde mit? Nö. Norm ist ja auch keine Erde, nicht eins. Naja, egal, ich mach das schon. Richtig. Ja, und den... Den, 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 den. Und der Mojo sagt, ich will Erdbeertorte. Mojo, hast du dich in Yukiki verwandelt? Was ist mit dem Schnitzel? Und Yukiki schreibt, hab seit morgen halb... Morgen halb sechs Hunger auf Torte. Also so seit morgen der Zukunft, oder was? Seit morgen halb sechs Hunger auf Torte. Wie kann man immer einen Hunger auf Torte haben? Ich hatte heute noch eine Torte. Schönes Stück Fleisch, ein schönes Steak. Darauf hab ich Hunger. Eine Torte. Irgendwas mit Blaubeerenkuchen bestimmt. Blaubeerenkuchen bestimmt. Fleisch hatte ich heute Mittag, Torte hatte ich heute Mittag. Der Mojo schreibt, ich hab immer Hunger auf Torte. Ja, nein. Alles andere Torten, Leute. Was ist die für blaue Wolle, brauche ich denn noch? Wie die Schilder? Erratok High. Hier die zwei Schilder, hier steht Erratok, dann. Dann noch ein Schild. Hi. 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 Oh, jetzt fresst doch mal ihr Schafe. Fresst. Schön. Hi. Konnte dann gar nicht mehr schlafen, drei Stunden Schlaf. Weil du Hunger auf Torte hattest, konntest du nicht mehr schlafen? Du kriegst das gerade richtig? Komminiere ich das gerade richtig? Lieber Himbeer Minecraft Torte, sagt er. Haben wir überhaupt schon mal eine Torte gemacht auf dieser Welt? Nee, ne, ne? Ähm, nein. Der hat doch nicht erst mal eine gemacht, ne? Nee, das ist der Juni. Auf der Juni. Hier muss ja auch nochmal die Erde raus. Fresst. Danke. Und dann kommt immer nur ein Wolle Stückchen, weißt du? Dann frisst er, dann ist er ein Wolle Stückchen. Wow. Na, 1 bis 3 hast du die Chance. Ah, Juki, na, weil ich krank bin? Ach so, nicht weil du Hunger auf Erdbeertorte hast. Oder auf Torte allgemein. Sch. Sonic Shadow 12 schreibt Xbox ad. Okay. Herzlich willkommen, Spring. Nee, hier stimmt doch was nicht. Gamerfax schreibt, wie heißt der andere auf Twitch? Paul GTR. Ja. Paul? So ist der Twitch noch, ne? Ja, ja, ja. Richtig. Bis morgens um 5 will er dann noch streamen. Kannst du gerne noch mal vorbeischauen. Ach, das haut alles nicht hin, ey. So eine Scheiße, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ne, das ist eine Scheiße. Ich hätte erst im Keller machen müssen und dann das Haus. Aber das ist alles viel zu spät. Was dann Rage? Komm mal. Komm mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Aber nicht, dass du denkst, der Paul streamt jetzt nicht. Du kannst jetzt nicht irgendwie simultan hier beide gucken. Hier in der Welt stream grad nur ich. So, was gibt's denn Rage? Jam, 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 jam. Hm? Das ist keine Kabine. Das sind Luftkläre, kann man hier? Die wollten wir erst als kann man ausbauen, aber die sind Luftkläre. Dann geht's denn hier erst wieder weiter. Das kannst du wieder abbauen. Naja, die wollen die mit dem wieder raus, ja. Und stell dann eine Fackel rein, damit du weißt, dass das... Ja, dreht's doch. Nicht? Ich hab grad nichts in der anderen, als in der Hand hier so schnell. So. Dann machen wir schon cianfarben hier rein, auch! Guck mal, das geht, das finde ich schön. Den geht's jetzt hier weiter mit. So, was schreibt eine denn jetzt? Naja, wo ich wach wurde, hab ich dann an Torte gedacht. Erdbeer und Dickfett-Schoko auf beiden viel Sahne. Erdbeer und Schoko zusammen. Neee! M-hmmm. Dann eins noch. das mache ich schon nicht bei nice schoko und erdbeer und der mutter schreibt um mann ich hab da eigentlich ok die haben immer noch nichts gefressen hier ach ihr habt doch keine ahnung was gut ist doch ja das hätte ich auch eine ahnung was schlecht ist komm herr scharf ja herr rangel was möchten sie uns mitteilen das wäre so ein aufmerksamkeit häusperr ich habe zu verkünden dass du kannst auch die blammer bauen oder du kannst auch scharfen auf herren pink aber ich brauche es mal zu jans ich habe ja keine farbe sind pink werden wir haben eine farbe machen rot und weiß oder was war das wird schwer nacht mit dem bett und hier ist man mit dem bett hat eine keine rosa schaffe mehr hinter ihrem haus hatte die rosa schaffe hinter ihrem haus ja hat du doch nicht oder hast du da auch schaffe kann ich nicht deswegen frage ich ja da muss mal gucken ich kenne das stimmt ich habe doch noch nicht scharfe gesehen habe ich dann auch glaube ich gesehen wollen muss ein bett aber doch ich will hier schlafen hier ach hier schließt du hast du hast ein bürger ist klar der machte motorisch kinder nenne ich gehe zu meiner haus ich nehme dir nicht ein bürger keine sorgen wie heißt der aus ps4 der paul oder was der paul stream nicht das an spaß der das vorne einfach gesagt und deswegen haben es weiter verbreitet er wollte dass ich die ganze nachts bringen und deswegen habe ich das einfach auf ihn abgeschmert umgewölzt das habe ich das hier ja ich hätte gern unter mein haus gebaut aber dann hätte ich ganz anders anfangen die fuße und eine stipp man es hätte gerne automatisches und tieranlage da unten reingebaut schacht was meinst du ich weiß wenn die kiste oben weil es wurde einfach alles rein schmutz muss ganz automatisch sich so tier unten sortiert ist egal was da rein schmeißt weißt ja aber da hätte ich erst die anlage erst unten bauen sollen weil die ist ja nicht klein die ist ja dann schon riesig stipp man aber da ist oder so ein automatischer braustand ich finde ich jetzt auch nicht verkehrt fress der schafe chip man es ja auch erst gerang gedacht mutter also das heißt automatischer braustand was auf die knöpfe zu drücken die stimme keine man diese chip man es sind auch so unnötig kennt die filme oder die serie das ist einfach nur das stimmt total hochgepegelt ich habe keine weiße wolle ich habe noch ein bisschen weiße wolle ragen und zwar genau 15 ich habe 15 weiße wolle richtig viel weiß ich weiß nicht lese ich finde sie süß die honga hashtag die honga heißt eine honga von den ich kenne ich kenne ich weiß nicht wie die heißen alvin alvin heißt eine halbigen zeodor und da muss drei nein drei der monge sagt ich fand früher alvin und die chipmunk school ich mag diese stimme überhaupt gar nicht und dann singen die und alle finden das süß und ich finde es einfach nur ekelhaft ich habe die filme auch nie geguckt ich weiß gar nicht was das einfach dinger sind richtig ich halte meine tiere mit ein augen ja gelbe karton mit einem auge und dann machen sie einen film von den irgendwie das schwach sind ja und die sind süß jetzt kommt bestimmt gleich jukikion die sind süß ach ne homo wollte blaze schreiben alles klar er wollte eine homo schreiben auto korrektum macht einfach nie honga schreibt gelbe tampons mit einem auge hoden tampons tic tacs irgendwas dazwischen ja mag die einer von euch hat sich einer von euch die